Willkommen zu FOKUS NEWS Gehörlose dürfen in 26 Ländern auf der Welt immer noch nicht Auto fahren, weil die Regierung es ihnen nicht erlaubt. Zum Beispiel in Jamaika und Kuba dürfen sich Gehörlose nicht hinter Steuersitzen. Sie haben nicht die Möglichkeit, den Führerschein zu erwerben. Ausländische Gehörlose dürfen jedoch dort ein Auto mieten und selbst Auto fahren. In Japan ist es für diejenigen Gehörlosen erlaubt, die in einer Entfernung von 10 m noch bis zu 90 dB hören können. Das ist ungefähr so laut, wie wenn ein Lastwagen vorbeifährt. Wenn auf 10 m diese Lautstärke gehört werden kann, bekommen sie den Ausweis. Diese Situation ist unfair. In vielen Ländern kämpfen die Gehörlosen für eine Gesetzesänderung, damit sie Auto fahren dürfen. Seit dem Jahr 2011 dürfen endlich auch in Indien Gehörlose den Führerausweis machen. Andere Länder wie Österreich, Amerika, Kanada, Australien sind Gehörlose schon seit Längerem im Auto unterwegs, da sie in diesem Bereich gleichberechtigt sind. Viele Menschen glauben, dass man für das Autofahren unbedingt hören muss. Eine Studie zeigt nun, dass die Information für das Autofahren zu 80 bis 90 % visuell erlangt wird. Der WFD, der Weltverband der Gehörlosen, berichtet, dass gehörlose Autofahrer keine Gefahr im Strassenverkehr darstellen und sie nicht öfters in Verkehrsunfälle verwickelt sind als hörende Autofahrer. Der bekannte Arzt Dr. William House, ein medizinischer Forscher und Erfinder des Cochlea-Implantats, hat als erster ein elektronisches Gerät fürs Ohr erfunden. Am 7. Dezember verstarb er in seinem Haus in Aurora, Oregon, USA. Er wurde 89 Jahre alt. Heute haben mehr als 200'000 Menschen in der Welt ein Innenohrimplantat, ein Drittel von ihnen in den USA. Eine Mehrheit der gehörlosen Kinder leben mit einem Implantat. Die meisten von ihnen lernen reden ohne visuelle Hilfe. Hörgeräte helfen hörgeschädigten Menschen, nur den Klang zu verstärken. Bei gehörlosen Menschen, die nichts hören, auch kein Resthörvermögen haben, sind im Innenohr der Cochlea die Haarzellen beschädigt und nicht funktionsfähig. Eine gesunde Cochlea braucht über 15'000 dieser Haare, die die mechanischen Schwingungen in elektrische Signale umwandeln und dem Hörnerv liefern. Das Cochlea-Implantat wurde im Jahr 1984 entwickelt und immer mehr Menschen werden operiert. Dr. House brauchte 27 Jahre, um das Gerät zu entwickeln. Andere Ärzte behaupten, dass dieses Gerät nicht funktionieren würde. Manche sagen, dass seine Motivation der finanzielle Gewinn sei. Einige kritisierten ihn für das Experimentieren an Menschen. Gehörlose Gemeinschaften sprachen sich gegen das Vorhaben des Arztes aus, er würde sie der Würde ihrer Taubaut berauben, ohne sie vollständig in die hörende Welt zu integrieren. In diesem Jahr 2013 erwarten uns einige sportliche Wettkämpfe. Das ICST, International Committee of Sports for the Deaf, Organisatoren der Deaflympics und Weltmeisterschaften, liess kürzlich durch sein Vorstandsmitglied Rebecca Adam mitteilen, dass bis zum Sommer fünf Winterweltmeisterschaften stattfinden werden. Im Monat Februar finden drei Weltmeisterschaften statt. Zum einen Snowboard in Moskau, Russland, Ski-Alpin in Nesselwang, Deutschland, Görling in Bern, Schweiz, im Monat März Langlauf in Uwad, Russland, und die fünfte WM im Monat April, Eishockey in Wanta in Finnland. Die Schweizer Athleten sind in den folgenden drei Anlässen vertreten. Im Snowboard, Ski-Alpin und Görling. Es werden nur Männer teilnehmen. Rebecca Adam teilt mit, dass für die Sommer der Deaflympics 2013 in Sofia, Bulgarien, mehr Anmeldungen eingegangen sind als damals für Taipei im 2009. Gesamthaft 4'500 Athleten aus über 90 verschiedenen Ländern haben sich für die Spiele angemeldet. Für das ICSD ein neuer Rekord. Mitte Januar fand der Europa Cup im Ski-Alpin in Innerkremes in Kärnten, Österreich statt. Zwei Disziplinen, Riesenslalom und Slalom, wurden durchgeführt. 40 Rennfahrer waren am Start. Das Schweizer Skiteam war mit dabei. Resultate vom Riesenslalom Damen. Erster Platz ging an Rea Rasky aus Kroatien. Zweiter Platz, Christina Köck aus Österreich. Dritter Platz, Beatrice Brunbauer aus Österreich. Bei den Männern, erster Platz, Christoph Lebelhuber aus Österreich. Zweiter Platz, Roland Schneider aus der Schweiz. Dritter Platz, Philipp Steiner aus der Schweiz. Am zweiten Tag fand es Lalom statt, an dem weniger, nur noch 36 Rennfahrer teilnahmen. Die Resultate, Damen, erster Platz, Rea Rasky aus Kroatien. Herren, erster Platz, Philipp Steiner aus der Schweiz. Der 14-jährige junge gehörlose Koreaner Lee Dook-hee konnte sich seinen Lebenstraum, bei der Spitze der Tenniswelt dabei zu sein, genauer, bei den Elite-Junioren, erfüllen. Lee ist der einzige Gehörlose unter den anderen hörenden Elite-Junioren. Im Tennis verlassen sich die Spieler stark auf ihr Gehör, wie Timing, Spin und Power zu kontrollieren. Dies ist ein grosser Nachteil für Lee, der seit Geburt gehörlos ist und Vollblut-Tennisspieler. Im Interview teilte er über den Dolmetscher mit, dass die Kommunikation mit den Schieds- und Linienrichtern eine grosse Schwierigkeit darstellt. Er kann zum Beispiel den Stoppfiff des Schiedsrichters nicht hören und spielt weiter. Das ist manchmal etwas schwierig, aber nichts Besonderes. Dies passierte ein paar Mal beim Spiel gegen den Chilenen Christian Garin. Lee verlor 6 zu 3 und im zweiten Satz 6 zu 3. Lee ist erst 14 Jahre alt. Er hat grossen Ehrgeiz und möchte bis Ende Jahr bei den Top Ten bleiben. Das war's für Focus News. Bis nächste Woche. Auf Wiedersehen. .